Hit-Radio FFH. Anke's Tanke. Für mich noch ein Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, ich bin mal gespannt, ob's bei uns am Freibad-Kiosk halt Lebkuchen und Dominosteine gibt. Bitte? Ende August geht nun mal die Vorweihnachtszeit los. Machen die Kinder dann jetzt noch ihr Seepferdchen oder schon das Rentierchen? Gute Idee. Einmal die Vier und das Schwimmbadgericht des Tages. Hä? Pool-Nudel-Auflauf? Was? Momentchen mal bitte. Stefan, der Bademeister ist ja von der Autorität sowas wie der Weihnachtsmann. Der hat meinen Patenswerk gestern mal sowas von ins Achtung gestellt, weil er vom Dreier gesprungen ist. Wieso? Also auf dem Parkplatz. Es war der BMW vom Bademeister. Also eine Stunde Brustschwimmen verbrennt übrigens 531 Kilokalorien. Zügiges Kraulen sogar 900. Sehr nützlich bei den zusätzlichen Vorweihnachtszeit-Kalorien. Aber das Kraulen, was du und der Einzelhandel jetzt machen, zählt nicht, Anke. Hä? Und zwar das Verkraulen. Macht 9.823 Euro, sammeln Sie Aachener Printenpunkte, haben Sie eine Spekulatius-Card oder sind Sie im Santa Claus-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Anke's Tanke bei Hitradio FFH. Die neueste Folge, morgen früh um 5 nach 6 in Guten Morgen Hessen.